Wir sind hier in der Brücke und im Story Mode und wir rennen wieder eine Runde um unser Leben Und genau in dieser Sektion 01 bin ich schon mal geschaltet Jawohl, lass es uns herausfinden Und rechts und um 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 dieses Mal wieder rechts rum und links Immer schon die Karten mitnehmen, die Karten geben Äh, ich scheiter schon wieder an diesem scheiß Laser Der Laser geht mir auf den Sack Und rechts, Karten mitnehmen, links Wenn jetzt gleich der Laser wieder kommt Ich drehe durch Gehe ich zu spät runter oder was? Ja, ja Ja, ja Gehe um an der Infinity Das beste Schiff, das Menschen in der Welt gebaut haben Ich glaube ich gehe tatsächlich zu spät runter Und zum Dritten Und zum Dritten Und wir sind glatt Und zack, 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 da hat er nichts mehr zu lachen, die kleine... So, jetzt schön konzentriert bleiben, nicht rausbringen lassen, diese verseuchten Masse ausweichen. Gleich mal auf die rechte Seite, links und durch die Mitte. Yes. Noch ist die Hoffnung nicht dahin. Werde ich dieses Level heute abschließen? Man weiß es nicht. Die drei haben auf jeden Fall nichts mehr zu lachen. So, jump. Und jump. Right, left, right. Alle Karten kriegt man dann glaube ich nicht. Jump. Okay, wir haben noch die volle Aufladung unseres Schildes. Und wir könnten noch zweimal drauf gehen. Jetzt kommt gleich die Situation, wo ich mich in den Werwolf verwandle. Ich weiß es ganz genau. Und dann reiße ich hier jedem den Arsch auf, der sich mir einen Weg stellt. Da werden wir gleich so einen Special-Kandidaten erleben. Okay, das müssen wir mit Konzentration nehmen, denn dieses Galoppel... Jawoll, bam. Keine Chance, weiter Junge. Achtung, rechts. Und rechts. Oh, ich sehe fast in die Hosen, links. Ich werde gleich wieder normal. Und genau so sein, jetzt. So, und jetzt kommt gleich wieder der Moment. Jump. Ah, Mist, ich habe das Siegel jetzt. Ah, ich sollte mir die Levels besser einprägen. Jump. So, rechts. Und Mitte, links, rechts, Mitte. Okay, wie war das jetzt nochmal? Okay, springen. Das hatte ich gerade eben noch richtig im Kopf. So. Woher bin ich denn? Achso, jetzt weiß ich auch, wohin. Ah. Ich bis jetzt gescheiter bin. Genau an dem Müll. Ah, Mist, ich hätte slide müssen. Ah. Egal. Jetzt versuche ich es gerade nochmal. Jetzt extra. Es kann doch nicht sein, dass ich hier Level nicht schaffe. Hallo? Geht's noch? Ja, schweißt das Ding schon auf. Globbel, globbel. Ich weiß nicht mal, warum... Was ist hier passiert? Mal schauen, dass der Werwolf so schnell verschwindet. Ich meine, hallo? Guck doch mal, der Gang hat doch auch eine gewisse Länge. Denn ich hätte doch zumindest immer noch den Schwanz vom Werwolf sehen müssen, oder nicht? Ich meine, hallo? Okay, konzentrieren, konzentrieren. Ja, früh genug runter. Jawoll. So, wir haben ein Label gespart. Wir sind durch den Checkpoint durch. Kann uns jetzt noch was passieren? Oh ja, leider Gottes, jede Menge. Konzentriert bleiben heißt es hier. Hier wird dir teilweise alles abverlangt. Yes, bäm. So, mal so Spaß und kleinen Freudesprung einlegen. Aber, schön aufpassen, konzentriert bleiben. Ich will auch mal den Multiplayer ausprobieren. Ich bin mal gespannt, wie dieses Spiel hier ankommt, wie es gespielt wird. Ob sich so ein Multiplayer-Spiel tatsächlich schnell finden lässt, oder ob man fünf Stunden lang suchen muss. Da bin ich mal gespannt. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Der Versuch. Zack. Mal versuchen, ihn zu Summonen. Und... Chump. Links. Chump. Yes. Rechts. Chump. Rechts. Gerade noch so die Kurve gegratzt. So, es kommt glaube ich jetzt der Moment, in dem ich mich in mein Werwolf verwandle. Genau. Wir stehen kurz davor. Goog. Ich muss jetzt ein paar Mal wieder umgekehrt werden. Ich kann hier im neuen Werwolf groß machen, wenn ich unter den Herbst ... ...und ... Auf die Mütze. Boah, der Kattrick mir eigentlich auch voll leid. So, wie der schon auf die Mütze gekommen hat. Nur weil ich hier immer wieder anders und levelig habe. Dabei glaube ich, ich habe gar nicht mehr viel bis zum Ende. Das ist ja das Schlimme daran. So, zum Menschen. Und jetzt kommt der Knackpunkt wieder. Ah, Springpisch. Knapp, knapp das Secret verpasst. Und jump. Slide. Ah, rechts. Okay. Mitte, links, rechts, Mitte, ganz geschült. Wie man das halt eben so kennt. Okay, jetzt geht es gleich auf den Bubbes. Jump. So, ich hoffe jetzt kommt dann gleich wieder. Jawohl. Kondolbum Checkpoint. Passt. Ach komm. Jetzt aber. Achtung. Ich habe es doch gesagt. Ich habe es doch gesagt. Ich habe es doch gesagt. Da ist das Ziel. Ich hätte noch ein paar Meter gehabt. Ich habe es doch gesagt. So, ich möchte esЕinlich. Ihr wealth. Take that in a moment. Okay, gut. Du bist ja ein Mensch mit dem Power zu transformern at will into Wild Mysterious Beasts die Welt von Reisen zu entstehen all in der Welt. Which is of course a very powerful trait indeed. The Terran Council, who own the Infinity and most of the known galaxies by the way, decided to perform research on those who possess this kind of power and use them for their secret weapons projects. During these tests to see if your kind could be easily controlled, they established that you will all stay activated too erratically. Okay, aber du und ich sehen uns erst wieder morgen in der nächsten Folge. Dann im nächsten Sektor würde ich sagen. Wir sehen uns in der Brick in Sektor 2. Bis dahin, macht's gut.